Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Übergang, Merkurs vom Steinbock in den Wassermann. Wir haben in diesem Horoskop mit drei Planeten eine unglaublich starke Besetzung des Zehnten Hauses. Wir haben mit zwei Planeten eine starke Besetzung des Achten Hauses. Und das bedeutet definitiv, wie die meisten Prophezeiungen, wird auch diese wahrscheinlich nicht stimmen, aber ich muss es sagen, weil es so in der Fachliteratur steht. Ich habe leider keinen Handlungsspielraum, das ist mein Problem. Wir sehen hier den Sturz der Stadtsebatten. Hier steht es drinnen. Ob es dann so kommen wird, werden wir sehen. Wir sehen auf jeden Fall, dass Merkur eine unheimlich starke Position hat, was jetzt nicht positiv sein muss. Stark ist stark, positiv ist positiv. Das sind zwei verschiedene Kriterien. Wir kennen in Merkur über die Konjunktion zu Pluto. Große Tiefe, Leidenserfahrung, intensive Gespräche. Achtes Haus. Nochmal, großer Tiefgang, Geheimnisse. Hier geht es um große Geheimnisse. Geheimnisse, die mit dem fünften Haus zusammenhängen. Aha, fünftes Haus. Was ist denn das fünfte Haus? Kinder, ja. Kinder stehen für das fünfte Haus. Interessant, oder? Da kommen große Geheimnisse über Kinder ans Tageslicht. Was könnte das nur sein? Ich kann es nicht erklären. Und wir sehen auch den Mond. Ja, den Mond auch im fünften Haus. Familie. Kinder, interessant. Ich weiß schon, der Mond ist hier der Herrscher des zweiten Hauses. Aber ich meine nur, Mond steht ja auch für die Bevölkerung. Eingeschlossen, im fünften Haus. Und wir sehen auch hier als Doppelquadrat. Mond, Merkur, Mond, Pluto. Mond, Pluto steht immer für großes Leid, schmerzhafte Erfahrungen, große Intensität. Und Mond, Merkur, Quadrat steht für, naja, dass die Gefühle, die Gefühle nicht ausgesprochen werden können. Man kann über das große Leid nicht sprechen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass man über das große Leid nicht sprechen kann. Weil dieses große Leid dauert ja schon einige tausende Jahre an. Wir haben mal nachgeschaut. Wir haben nachgeschaut. Was heißt denn? Mond, Merkur, mit Pluto. Mond, Merkur, Pluto. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, ich glaube, es ist am gescheitesten. Ich tun wieder den Scheinwerfer. Ja, der Strom, der kostet viel Geld. Das muss man immer sparen. Mond, Merkur. Und hier haben wir Pluto. Im Grunde umdecken müssen. Umdenken. Umstellung im Denken aufgrund. Besonderer Schicksalsereignisse oder Erfahrungen. Tragische Erkenntnisse. Na, na, tragische Erkenntnisse. Na, da haben wir doch schon mal was Substantielles, oder? Also das heißt, ich sehe hier ein starkes Kinderhoroskop. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Auf YouTube darf ich nicht reden. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich spielen jetzt andere Dinge auch eine Rolle. Gar keine Frage. Die Staatssebatten wollen abtauchen im neunten Haus. Herrscher von neun. Können wir ausrechnen. Wie es den dortigen Staatssebatten ergibt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na ja. Auch nicht gut, ja. Das ist sozusagen das zehnte vom neunten Haus. Also das ist die Staatssebatten von Übersee. Na ja. Haben auch ein Problem, ja. Sie kriegen auch Probleme. Aber wir sehen, ja. Wir sehen mit Herrscher von neun und Herrscher von zehn Uranus im zwölften Haus, dass sie abtauchen wollen. Dass sie verschwinden wollen. Na, na, na nicht. Na, na nicht. Die wollen sich vom Acker machen. Wir kennen auch mit Maas im zwölften Haus, als eingeschlossener Herrscher des elften Hauses, aber auch als Herrscher des sechsten Hauses, ja. Dass es sich hier, dass es hier starke Rückzugstendenzen gibt. Herrscher von sechs in zwölf kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich im beruflichen Leben sehr stark zurückzieht oder sehr lieber, ich weiß es nicht, in der Abgeschiedenheit arbeitet. Es kann aber auch heißen, dass die Krankheiten hier, sechstes Haus, sehr mysteriös sind, sehr, sehr merkwürdig verlaufen. Wir sehen auch den eingeschlossenen Herrscher des elften Hauses. Das heißt, wir kennen hier innerhalb der Europäischen Union auch starke Rückzugstendenzen, sehr starke Rückzugstendenzen. Wir sehen auch die spitze elftes Haus mit Neptun. Na ja, stark besetzt, große Ratlosigkeit, große Planlosigkeit. Und immer bedenken, wir haben Aszendente auf Vakuumgrade, auf Superfischegrade, super Auflösung. Also das heißt, wir sind hier inmitten eines gigantischen Auflösungsprozesses und Herrscher von eins in acht. Na ja, achtes Haus steht ja auch Territorialverluste. Ein ganz interessantes Thema, was hier angesprochen wird. Hier wird vieles angesprochen in dem Horoskop. Also hier tut sich was. Alle Planeten bis auf Mond, oberhalb der Aszendentenachse, da tut sich was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Planeten im vierten Quadranten, im Tatquadranten. Da wird jetzt umgesetzt, da geschichtet es was. Und ich habe gestern, wie gesagt, habe auf Telegram gesagt, ich habe meinen Augen nicht getraut oder meinen Ohren nicht getraut. Da wird doch tatsächlich über das Kinderthema im Fernsehen schon gesprochen. Na, na, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wer hätte das gedacht? Herrscher von vier am MC. Also das heißt, die Bevölkerung macht jetzt mal auf sich aufmerksam. Gut, die Karriere, Zehnteshaus, von zu Hause aus wird es jetzt wohl nicht sein. Aber ich würde sagen, die Bevölkerung macht hier, gibt hier ein starkes Lebenszeichen von sich. Gut, im extremsten Falle, wenn ich jetzt von einer, wie sagt man, Viva la Revolucion, also im extremsten Falle könnte es heißen, dass die Bevölkerung die Macht übernimmt, aber das ist einmal eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, das wäre eine von verschiedenen Möglichkeiten. Was ist die wahrscheinlichste Möglichkeit? Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass hier die Bevölkerung sehr stark hinter den Kulissen schon sehr aktiv wird. Warum? Krebskräfte haben im zehnten Haus im Karrierehaus jetzt nicht so das Bedürfnis, im Vordergrund zu sein, sondern viertes Haus. Krebskräfte haben natürlich das Bedürfnis, wie sagt man, sich ein bisschen im Hintergrund zu halten, aber das ist jetzt wieder These, Antithese, Prothese oder wie das heißt. Das heißt, wir haben hier das vierte Haus im Löwen. Ja, ich sehe, ja, ich habe mir das Leih gedacht. Ich habe mir das Leih gedacht. Da hat der Blitz, einer gedroschen, das Leih so ruffelt. Das heißt, wir sehen hier, natürlich, mit Löwe, mit Sonne, will man sich natürlich wichtig machen, aber das ist auch mehr als verständlich. Wir erkennen auch Wirtschaft, Handel und Industrie, zenthes Haus, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Aussage ist. Ich sehe hier eher, ich meine, das ist denen nicht gut, das haben wir eh in hunderten Horoskopen gesehen, aber ich sehe hier eher die Aussage Information. Und herrsche, also spitze drittes Haus im Löwen, sind das Stiergrade, ich glaube, es schaut wie Stiergrade aus. No, also drittes Haus, man sollte die richtige Spalte auch noch finden. Zwei Grad 21, das sind noch, das sind noch wieder gerade. No, noch impulsiver, noch dynamisch. Also das heißt, das dritte Haus steht für Wissen. Und hier kommt wirklich sehr viel Wissen ans Tageslicht. Hier, oberhalb der Aszendentenachse. Interessant ist nur, dass das höhere Wissen, neuntes Haus, hier stark verschleiert wird, mit Uranus im zwölften Haus. Also noch ist es nicht so weit. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen jetzt die volle Wahrheit heraushören oder herausbekommen werden. Aber es ist ein richtiger, es ist ein guter Weg. Wir sind auf einem guten Weg, wir haben erst einen Bruchteil gesehen. Also das heißt, da kommt noch vieles, das könnt ihr mir glauben. Das Ganze wird bis Ende 2025 ordentlich kulminieren. Also da werden wir die Ohren gewaltig anlegen müssen. Aber wie auch immer, es ist hier mal ein Fundament gelegt und darum geht es. Es geht hier bei Wassermann um Wissen. Es ist die höhere Oktave, also bei Merkur im Wassermann. Es ist die höhere Oktave der Zwillinge. Und deswegen geht es hier auch um originelleres Wissen, um hartnäckiges Wissen, weil Wassermann ist ein festes Sternzeichen, wie auch Stier, Löwe und Skorpion. Also das heißt, hier bleibt man hartnäckig. Und ab diesem Horoskop haben wir dann auch eben wieder drei Planeten im Wassermann, nämlich Merkur, Sonne und Saturn. Und da haben wir dann doch eine große Flut an sehr tiefliegenden Informationen. Also wie gesagt, Doppelquadrat zu Mond von Merkur, Pluto, aber auch die Halbsumme zwischen Merkur, Neptun und Saturn. Und wenn man sehr großzügig ist, auch noch Merkur, Pluto und Saturn. Also großes Leid. Und wir haben dann eben hier auch über diesen Prozess einen starken Umdenkprozess. Und Merkur, Neptun, Saturn bringt uns, wie wir schon gesagt haben, Denkhemmungen, krankhafte Empfindlichkeit. Also das heißt, hier haben wir ein heftiges, ein gewaltiges Horoskop. Weil ja Merkur als Geburtsregent für das gesamte Land gilt. Also die ganzen Aussagen, das tiefe Leid, die Hemmungen, das alles, die tiefe Wissensermittlung oder Vermittlung oder Wissenserwerb, hängt mit dem gesamten Land zusammen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Phänomen, mal nur so nebenbei. Ja, das kann schon was. Ich suche nur, wer suchet, der findet bekanntlich. Ich habe nämlich ein neues Video hochgeladen. Und ich glaube, das könnte es sein. Könnte es das sein? Ja, das ist es. Ja, wie gut geraten. Naja, wenn man sich schon nicht vorbereitet, dann muss man schnell improvisieren. Gut, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir so das meiste besprochen. Wir sehen auch noch hier Spitze sieben ist auch auf Vakuumgraden. Herrscher von sieben eingeschlossen. Jupiter im elften Haus im Wider. An sich eine starke Besetzung, aber weil er eingeschlossen ist, kommt man an die Energie nicht ran. Und der Herrscher des elften Hauses, Neptun, hilft jetzt auch nicht weiter. Wer der Herrscher zum Beispiel, naja, Maas hilft auch nicht weiter. Wir haben hier eine starke, schwierige Besetzung. Wir haben hier eine wirklich schwierige Besetzung. Das heißt hier, der internationale Handel, aber auch internationale Verträge hängen mit der Europäischen Union zum Beispiel zusammen, mit befreundeten Staaten. Aber irgendwie wirken die nicht mehr. Irgendwie gelten die nicht mehr. Und wir haben natürlich hier auch die militärischen Aktionen im Osten. Naja, siebtes Haus auf Vakuumgraden, schaut so aus, als würde sich das alles auflösen. Und das gereicht dann natürlich auch, oder hat auch Einflüsse auf die Europäische Union. Gar keine Frage. Und dort eben mit Neptun, Spitze, elftes Haus, wachsen die Fragezeichen natürlich in dreier Reihe. Gar keine Frage. Keine Frage, keine Antwort. Und wir sehen, die Venus als Herrscherin des zwölften Hauses, Spitze zwölf im Stier, befindet sich im zehnten Haus. Und deswegen sind, auch wenn sie jetzt nur noch weit, weit, also quadrierend gestellt sind, deswegen sind, also Uranus und Venus, ich habe jetzt Uranus mit Mars verwechselt, deswegen sind Venus und Uranus in gegenseitiger Rezeption. Warum? Weil Uranus Herrscher von zehn in zwölf und Venus Herrscherin von zwölf in zehn. Also das zehnte und das zwölfte Haus sind hiermit stark miteinander verwoben. Und natürlich bringt die Venus hier nicht nur Auflösungseffekte aus dem zwölften Haus, sondern auch, weil sie natürlich noch auf Skorpiongraden ist, bei mir im Zweifelsfall immer in Skorpiongraden, bringt sie hier auch ein gehöriges Potenzial an, Zerstörung mit, kann man durchaus sagen. Und interessant ist, die Skorpiongraden gehen dann auch mit Saturn, Herrscher des achten Hauses, auch im zehnten Haus in Resonanz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, anstelle der Stazipaten würde ich keine, wie sagt man, wie heißt dieser Spruch, haltbar Milch brauchen Sie keine mehr kaufen, aber ich würde sagen, weil die Zeit so drängt, brauchen Sie nicht einmal mehr Frischmilch kaufen. Also das heißt, hier ist wirklich, hier läuft, hier scheint wirklich die Zeit abzulaufen. Es ist interessant, zu wissen, so eine Konstellation, ob die eben Übergang von Merkur, Steinburg in den Wassermann, ob dieses Horoskop die Kraft hat, das weiß ich nicht. Weil Troinski bezieht sich bei seinen Prognosen immer auf die, wie sagt man, Quartalshoroskope, also wenn die Sonne in den Wider geht, da natürlich am stärksten, weil sie neu ist, oder in den Krebs geht, oder Sonne in die Waage, Sonne in Steinburg und er bezieht sich dann auch auf die Mondhoroskope, die dann auch in diesen Quartals Mondhoroskopen eben diese jeweiligen, größeren Sonnenhoroskope auslösen. Also ich weiß es nicht, aber wir sehen hier trotzdem schon mal, Sie sind sehr stark in Bedrängnis. Das sind Sie auf jeden Fall, dass Sie jetzt sozusagen vom Stockerl gestoßen werden, wäre schön, aber schauen wir mal. Ja, dann habe ich noch hier dieses geschlossene Trigon, ja, das haben wir auch gesehen, eh logisch, ja, und hier habe ich dann auch nachgeschaut und zwischen Mond, Saturn und Aszendent und hier steht dann Zusammensein mit kranken oder bedrückten Menschen, Trauer, Krankenhaus aufenthalte, Entwicklungshemmung. Also das heißt, auch wenn es sich hier um ein geschlossenes Trigon handelt, welches an sich sehr positiv ist, ist die Aussage der Verbindung zwischen Mond, Saturn und Aszendent jetzt nicht gerade die glücklichste. Obendrein, wenn man dann auch bedenkt, dass der Mond für das Finanzsystem, für den Euro steht, ja, das heißt, wir erkennen hier auch, um, naja, ach Gott, ja, ich glaube, ich werde noch einen Teil machen müssen, weil sonst wird mir der schon zu lange. Machen wir es so, ich mache noch einen kurzen vier, fünfminütigen Teil, weil sonst ist das ja 20 Minuten, wieder das mag ich nicht. Weiter zum, ja, ausnahmsweise dritten Teil. Ende. Untertitelung des ZDF, Vielen Dank.